Ja, doch. Also ich finde das schon ein paar Parallelen, muss ich sagen. Also ich bin auch doch ein sehr entspannter Mensch. Wenn es manchmal ums Üben geht, dann liege ich auch lieber ein bisschen rum. Und ich bin super realistisch. Also das kann ich auf jeden Fall mit ihr teilen. Das finde ich ganz gut. Das macht es tatsächlich ein bisschen leichter, wenn man dann jemandem so die Stimme schenken kann. Wenn man denkt so, ja, du hast recht, du hast recht, ich würde es genau so tun.